Ich führe euch mal zu der Stelle, die am günstigsten für das ist, was jetzt kommt. Terra, soll ich dich nochmal kurz heilen? Wir können ja eine kurze Rast machen. Ja, das können wir tatsächlich machen, eine kurze Rast. Aber warum? Ich mache eine kurze Rast, okay? Kein anderer klickt? Nicht, dass wir die verschwenden wie beim letzten Mal? Ja. Egal was ihr tut, nehmt nicht diesen Weg. Den wollt ihr nicht nehmen. Welchen jetzt? Durch die Höhle meinst du? Wenn du so gierig reinguckst, nehmt den nicht, Vertrauen. Die Höhle wollt euch nicht höher waschen. Nein, nein, Vertrauen, ja. Das war aber, tu's nicht. Hat er schon. Ach, hier noch ein paar Stoffer. Wir müssen einfach nur hier hoch. Ich will hier zwei Stofferdrähte. Und noch mehr Fässer. Vertraut mir, hier hoch. Im Ernst vertraut mir, ihr wollt da nicht rein. Weiter komm ich nicht mit der Kamera. Von meinem inneren Auge war das jetzt so, wir klettern nicht nach oben, wir haben Terra und, ähm, es war, wir unten bleiben und plötzlich kommen so Tentakel raus und ziehen wir da so rein. Ja. Am besten, am besten du speicherst hier nochmal. Mal? Ja. Und nicht so weit vor. Ich bin mit der Kamera reingefahren. Keine Ahnung. Terra deckt auf. Dann müssen wir... Ankündigen, ja das ist immer gut. Wir kommen, ihr habt keine Chance. Herbst-Krokus. Hier lang. Noch ein Kokus. Blümchen pflücken. Das einzig funktionierende Musikinstrument in diesem Spiel. Das musst du ausnutzen. Muss ich ausnutzen, ja. Und dann wieder muss ich eine Ansage machen. Mal hier lang und bitte nicht entdeckt werden. Nicht entdeckt werden? Nicht entdeckt werden. Von wem? Also schleichen. Muss nicht schleichend sein, aber nicht direkt durch die Feinde laufen. Und dann darf mal einer von euch diesen eleganten Hügel... Oh. Wer wurde entdeckt? Wer wurde entdeckt? Bei mir passiert gar nichts. Kannst du nochmal speichern? Ja. Ach, da oben ja. Nullfleisch besser, okay. Ja. Das ist ja widerlich. Zwei haben wir... Achso, ihr zwei seid schon im Kampf drin? Ja. Ich bin auch nicht im Kampf drin. Ich auch nicht. Und der heißt Olli. Und... Gleich... Und zwar war seine Worte dann YouTube bereuen. Ich glaube, die kämpfen gegen die. Ich würd mich erstmal in Position bringen wollen. Am besten mal hier hoch auf diese... Olli. Wer ist denn Olli? Ja. Olli und Hangarn oder so. Keine Angst, dem halte ich dir vom Leib. Dem halte ich dir vom Leib. Dem halte ich dir vom Leib. Inficio. Egal was sie machen, das läuft ziemlich recht für die Knolle. Was hat der denn? Soll das eine Mütze sein? Oder? Na warte mal ab, Swaffa. Warte mal ab. Ich will mal überfragen. Wenn ich mich jetzt... Wenn ich jetzt zurückziehen mache, dann mach ich doch keinen Gelegenheitsangriff, oder? Genau. Da machst du keinen. Aber das ist eine Aktion. Ne, das mache ich nicht. Ach, da stehen auch noch welche rum. Achso, raffinierte Aktion Rückzug. Hier. Ja, raffinierte Aktion Rückzug. Du bist doch ein Schurke. Du bist raffiniert. Ich bin raffiniert. Du hast die flinksten Finger von uns. Ah, viel Nadezucker. So, und jetzt kriegt er einen ran, hier. Mit Gift. Aber sowas von. Ist das schon der Anführer? Ich habe nur zwei Bonusaktionen, weil ich noch zu viele Lebenspunkte habe. Terra, hast du den mit dem Käppi vollgeschmordert? Ja. Sieht immer richtig lecker aus. Nett. Oh, da ist ja einer rausgenommen. Den wollte ich dir eigentlich vom Leib halten, aber du hast das voll gemacht. Ich habe mich entschieden, ihn dir vom Leib zu halten. Das ist sehr nett von dir. Koch in der Zorn. Koch in der Zorn. Okay, alles klar. Was kocht der denn so? Der kann sich auch nicht entscheiden. Koch in der Zorn. Spurten. Er kann wirklich viel hoch. Er kommt zu mir. Er ist ein Viecher. Nicht, dass er dich runterschmeißt. Du musst dir das alles rumgemanscht haben. Ach, da sind wieder zwei Gehen oder was? Wieso durfte ich eigentlich nichts machen? Achso, ich hatte schon. Ich überlege. Jeder kommt auch hoch. Das kann sie. Ich glaube, du stehst da nicht so günstig. Wie geht es? Ich möchte euch. Also deswegen genauer gesagt. Ist es okay für dich? Möchte ich dich mal kurz alleine lassen? Ja. Dann geht es wieder los. Huiiii. Genau. Super Dane. Super Dane. Ejo. Haut dem Gegner voll ins Gesicht. Ohohohohoho. Ohohohoho. 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 Mit einem Schlag füchte ich Epil. Das ist doch schön. Dreimal kritisch. Treffer, nicht schlecht. Und den bedrohe ich mal. Ja, das hat sich ja angeboten halt. Der war ja schon angeschlagen. Mit welchen Worten bedrohst du ihn? Äh, ne. Ich bedrohe ihn mit meiner puren Anwesenheit. Mit meiner puren männlichen Kriegeranwesenheit. Einfach damit man sich neben ihn stellt. Ich hebe die Achsel. Ja schon. Da kriegen wir ja Polis auf Angriff. Also, auf Angriff stand. So einen ungemütlich aussehenden Morgenstern dabei. Eben, letzte Hähne. Das sind ganz viele. Oh, er hat sich anders überlegt. Sehr gut. Ich glaube, ich wurde da übersprungen. Kann das sein? Ja, weil du mit einem Angriff im Kampf eingestiegen bist. Achso, ja. Das hatte ich auch. Was macht er denn? Die Kante. Nein, doch nicht. Nein, doch. Ja. Was macht er? Das sah aus. Und jetzt ist, ja. Zwar war dran. Okay. Ja, und zwingst. Gleichzeitig. Ah, jetzt ist er zwingst die Hygiene bedroht. Jo. War das gut oder schlecht? Man weiß das nicht. Ja, für Zwar war das gut. Jetzt habe ich einen AC von 21. Cool. Oh, ich habe mich erfolgreich versteckt zum ersten Mal. Jo. Ja, ja. Vielleicht ist die Hygiene bei, äh, der Gnoll bei, äh. Welche? Der Gnoll bei Tara ist vielleicht besser. Nett. Ach, das wäre auch der gewesen, genau. Das sind 14. Was macht es? Hilfe! Es hat sein Eigenleben. Oh mein Gott. Du hast ein Nervenzentrum getroffen. Ihhh. Ich glaube, das ist Square Dance. Pixelbrei. Er ist zersploddert. Terra. Das war deine Magie, oder? Das war wilde Magie. Das sieht aus. Was passiert, wenn man zweimal einen Crit macht? Das war die Svava-Magie. Das war die Svava-Magie. Das war die Svava-Magie, aber echt. Vor allem war da, äh, 14 und 13 direkt hintereinander, das sah aus wie 1413. Ach so. Und dann siehst du, was passiert, wenn du 1413 Schaden machst. Ich hab, ich hab das Spiel durchgespielt. 1413 auf Stufe 4 ist schon ein bisschen, äh. Ich hab einen AC von 21, du kannst mich nicht treffen hier noch. Das war war für dich. Ach, hier unter Wawa war zwei, okay. Hier unter mir. Bekannter, ähm, Kantentänzer. Wo wird der? Bekannter Kantentänzer. Okay, er kommt jetzt gerade an. Nein, er kommt. Er kommt zu Svava. Hat mich bedroht. Aber du hast den Rettungswurf geschafft, das lässt dich völlig kalt. Okay. Die Hand, die hier aus dem Dix rausgucken. Die Hand, die hier aus dem Dix rausgucken. Stufe 5 ist der der Flinz. Dieser Hyäne geht es nicht so gut. Ich mein, diesem Knoll. Der ist eigentlich dran. Terra. Terra. Ich bin dran. Ah, okay. Ich bin wieder mit der Säure rum. Ja, ich überleg grad. Wie du an den da drun, unten dran kannst du auf den drauf springen. Alter, warte mal. Kann ja. Was war denn das? Genau. Ich hab mir einen Punkt vom neuen Zauberplatz gegönnt. Ich will den Flinz hier irgendwie ausschalten. Ja, deutsch wollte ich ja so schön Schaden reindrücken. Ja, okay. Noch lebt er. Noch. 56 Lebenspunkte, meine Güte. Er ist halb. Nicht, dass du dich schubst. Aber geschafft. Mit einem Schock von psychischen Händen, der Pack-Leaders-Mind hat den Flinz. Du siehst du dich durch ihre Augen, mit einem roten Kloster der Organs. Ich weiß nicht, das ging ja von selbst. Nein. Die Säure hat dieses Knoll nicht verabschiedet. Die ganze Welt war nie. Diese Säure ist als ein Leash. Aber es hat ihn nicht für lange geholfen. Als das Symbol schlägt, die Macht durch dich durch. Ja, die deutsche Fliege aber auch durch die. Eint. Ach, die absolute ist schon wieder. Hm. Also ich hoffe, ich stehe immer nach oben. Ach, die Illi... Äh... Die Laft konzentrieren. Du siehst, Drow und Goblins, die sie verabschieden. Ein Mindflayer, die rauskriegt. Und dann... die Säure, die Ordnung zu bringen. Das Essen zu essen war verabschiedet. Aber es würde sie zu einem Feast führen. Ja. Und schon sind wir im Kampf. Die Werbeunterbrechung ist vorbei. Flint. Ach, der sitzt dran, deswegen... Kommt sich holen, Terra. Das war eine Durchwolke zu viel. Kommt dich holen. Oh Gott! Was war das denn? Ja, die haben Multi-Attack, ne? Durch den kochenden Zaun. Erstmal Terra leergepumpt hier. So, äh, Moment. Hier kommt ja noch einer. Okay, so langsam wird's ungemütlich. Die stehen Schlange und nicht so viel zu ungemütlich. Gehne 8. Äh, Gift. Hm, nein, zu wenig. Verdammt. Eine Hygiene weniger. Ich glaube, er wird mich vermöbeln. Moment. Ach, ich schmeiß ihn runter. Ach, nicht schlecht. Wieso nur zwei Schaden? Der hat da dickes Fell an der Stelle. Hast du die Hygiene weggemacht? Ach, der ist ja unten. Ich muss nur noch diesen Knäuse wegmachen, dann kann ich mich wieder verstecken. Ja. Oh, ich bin fertig. Vielleicht könnte ich auch den Zug beenden. Ach, genau, da ist auch der Genoku. Ja, so heißt der. Verschwinde! Terra, du stehst doch ganz schön gefährlich an der Kante. Wenn dich einer schubst, dann liegst du da unten. Nein, muss ich aber mal hier... Kannst du nicht einen Hebelschritt irgendwo hinmachen? Hm. Ja. Wer glaubst du nicht, aber? Mutan nicht. Leider nicht. Warte, geh mal gucken, ob ich... Warte... Guck mal, ob ich... Das ist genau, was du jetzt machst. Ein Zauberplatz? Ein Zaub... Zaubereipunkt, ja. Ja, stimmt. Was ich cool fände, wäre eine Supporter-Klasse, die Zauberplätze bei anderen Charakteren herstellen könnte. Oh ja. Das wäre genial. Wenn der Barde irgendwie eine inspirierende Rede halten könnte oder sowas. Ja. Das kann er. Gibt das Zauberplätze zurück? Ne, für Zauberplätze nicht, aber er kann inspirieren. Ah. Oh. Adeln... Lovitars Liebe. Ah. Den wollte es sein. Gut, jetzt können wir uns gleich um den großen Brocken kümmern. Naja, ich... Komm, wir hier... Ich hab weg, oder? Ne. Wie bist du denn ausgewichen? Ich mach einen Spagat und du triffst mich nicht. Ich brauche immer so... Absolut, wie will zu sein. Ah, bitte. 28. Holy moly. Ja, der willet. Der willet. Der willet. Der willet. Ach, du Schande. Ich hab noch einen Zauberplatz frei zum... Zaubern. Ach, ich bin sogar dran. Ich versuch mal... Ich versuch mal was bei ihm, ja? Ähm... Jo. Schwäch. Ich versuch mal was bei ihm. Äh... Fürs Wawa! Halbjahrstand. Schade. Hab nicht geklappt. Ja, völlig. Ich wollte ihn zu Boden bringen. Äh... Ist doch gar nicht so lustig, wenn ich verfehle, ja? Wieso? Ich bin nicht im Nachteil gegen das Ziel. Was soll das? Kann sein, weil du bedroht wirst. Oh, scheinlich. Ich bin nicht bedroht. Ich bin gar nicht bedroht. Ich bin gar nicht bedroht. Ach, der steht ja da unten noch. Da steht ja noch einer. Oh, Katze! So wie in Schatten gehen? Ja, ich bin in Schatten. Ach so. Ich schleiche hier eigentlich, deswegen... Man kriegt jetzt halt ein Feuerpfeil ran. Reicht mir jetzt hier. Da hab ich die Faxen aber dicke. Penner. Hattenklapp. Sehr süß. Was für eine Beleidigung. Also jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier... Okay, jetzt kann ich mich schön da unten verstecken und den da oben aufs Korn nehmen. Versteck dich lieber hier oben und nehm mich hier oben aufs Korn, oder? Mein ich ja, mein ich ja. Ach so. Unten ist noch irgendein unförmiges Bündel. Ach scheiße, ich will jetzt falschen Zauberplatz so... Ah, Mist. Oh Gott. Ja, da hast du recht. Ist ja auch so gestorben. Mit ein paar spastischen, äh, Zuckungen. Ich weiß es nicht. Okay, das scheint hier der Hügel der deformierten Gnolle zu sein. Das ist wie die viele Konsonantenbrücke. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber von dem da oben, der ist auch... Da ist ein Arm und da ist der Kopf und irgendwo anders ist ein Bein. Was hast du gemacht? Binde Farben. Ah, das ist geklappt, das scheint, oder? Angriffswürfe sind im Nachteil... Er hat geklappt. Das ist... Ich müsste mich eigentlich erst wegbewegen können von ihm. Äh, doch, da... Oder einmal zuhauen, das ist nicht gut. Aber mit Nachteil. Ja, ich muss weg. Ah, hier macht doch nichts. Ich bin mal hier hoch. Und zwar, aber da kommt noch eine Hygiene rum. Ach, da... Ich weiß nicht, die aus mir rumkommt. Jetzt sehen wir da... Ich hab die nur aus dem Weg geräumt. Oh ja, die kommt hier rum. Oh ja, die kommt hier rum. Heute. Ich wollt's auch schon sagen, aber ich hab gedacht, ich sag's nicht, sonst... Kämpfe laufen richtig gut. Oh, hey. Ich bin geblieben. Ui! Fein! Der mag Terra irgendwie. Oh Gott, er frisst sich satt! Er frisst! Iiii! Das heißt, er heilt sich, oder wat? Das ist ja wie, der mich... Äh... Moment. Achso, ja, ich bin... Äh... Achso, kannst du auch was machen doch, okay. Kannst du mich noch heilen, Dave? Nee. Heiltraschmeißen? Ich kann noch was schmeißen. Ich bin die Hygiene angegriffen. Du hast 25 Schaden. Mit Ansage. Boah, er töte ihn. 23 Schaden mit Ansage. Boah, er töte ihn. Boah, so. Zwei, äh... Oh, habt ihr den Schlag gesehen? 20 Schaden. Voll in den Rücken. Mit Nama. Da hat ihm das Vollfressen auch nichts mit gewonnen. Der hat noch mal... Hast du jetzt noch zwei Schaden... äh, Lebenspunkte? Ja. Versuch was wert. Wenn ich jetzt weggehe... Ne, das hat er... Doch macht er. Ach, aber viel Schlag. Tschüss. Ich geh dann mal. Ja. Ich glaub, das ist sogar ne einfache Waffe. Mit Finesse? Ne. Hoffe ich nicht. Das ist bestimmt die Eierschaukel. Unter wieviel Effekten Terra... Ach, kommt die Hyene. Unter wieviel Effekten Terra steht. Kannst du schießen. Sag mal. Wie oft schießt der denn? Oh mein Gott. Was nennt man ein Gatling? Ey, sorry, ich mach jetzt mal die Hyene, wenn die nervt mich. Sehr schön. Okay, jetzt ist alle weg. Mann. Steht Terra Automatil da auf, oder muss man ihr helfen? Achso, ich, ich helfe ihr. You're a sweet sight. Wo kommt der denn her? Äh, ich bin in nem Dialog. Ah ja, Moment, Moment, wir kommen. Und weiß nicht warum. Betrümmerter Fliegel, ja, das wäre ja was für Dane. Nee, der ist nicht, der ist nicht gut. Der ist tatsächlich überhaupt nicht gut. Echt nicht? Äh, so, bin im Dialog. Wer ist eigentlich Rougan? Und wo kommt der her? Das sind die, die sich in der Höhle versteckt haben. Vor den Gnollen. Hm. An Überlebenden von der Karawane, die wir vorhin getroffen haben. Okay. Der ist ganz schön sauber. Stimmt. Ja. Der sauber ist, hat sich keine Mühe gegeben. Hm. Übrigens, ich hab immer noch keinen Schaden genommen, Dane. Aber komm, die Kämpfe sind schon vorderner. Ja, auf jeden Fall. Also, du kannst dich ja mit Terra unterhalten, was keinen Schaden nehmen angeht. Genau. Mal gestorben. Bleibe auch freundlich. Ja, das sagt man ausdrücklich. Ja, genau. Da ist unsere nächste Position, dass wir ein bisschen faukesruhen. Mhm. So siehst du auch aus. Geht Vorkin nicht ganz verscholten, oder ist sie wieder gefunden worden? Vorkin. Das ist ja einfach eine Raststätte auf dem Weg. Gasponsatz, ich will Geld. Aber hey, wir kriegen eine goldene Eintrittskarte. Kleine Schlange großer Schatten. Flauverantwort. Ja. Deswegen ist das ein Stück an das Dokument, was ich geschickt hab, zu Vorkin's Ruh. Ähm, diese brennende Raststätte. Mhhh. Um da reinzukommen. Also, ich sag's, wenn wir nochmal da sind, aber da brennt was und da ist ein Stärkewurf erforderlich. Also, nicht die random Leute anquatschen. Also quatsch du die Leute an? Nee. Also, ich weiß, wo der Stärkewurf ist, sagen wir's mal so. Achso, okay. Ah, okay. Sind die Centarim, oder was? Was sind Centarim, ja? Na, kleine Schlange großer Schatten. Achso, okay, ja. So geläufig ist mir die Lore dann auch nicht. Wie in diesem Goblin-Heiligtum, oder? Ja. Ja. Ihr handelt nicht mit Plunder... Plunder Taschen. You know who we are. Very clever. And you probably also know, it's not smart to interfere with Cent's business. Wir haben ja gesehen, wie wehrhaft ihr seid. You accept my gratitude and walks away. Erzeugen? Ja, aber echt. Sowas von. Jo. Könnte klappen. Könnte klappen. Ja. Knapp. Auch nur, weil ich ausnahmsweise meine vier... Jo. Meine drei hätte auch gereicht. Wäre meisterlieb dabei. Das ist doch meine Sorge sein. Mhm. Mann ist der unsympathisch. Das hat er schon wieder vergessen. Daった da. Das hat er schon wieder vergessen.